Ja, schönen guten Moiga und Moinsen, meine Meisters und Meisterinnen und was geht, Krypto-Gang? Ich habe, wie wir das früher ganz, ganz oft gemacht haben, in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig, mal wieder eine Fragerunde auf Insta gestartet und habe gesagt, Leute, ich hätte mal wieder Bock auf ein schönes Q&A. Das war relativ kurzfristig, deswegen müssen wir mal gucken, was da jetzt so für Fragen reingekommen sind. Ich habe die Umfrage nämlich vor circa 20 Minuten gestartet. Wir nehmen einfach, was kommt, liebe Freunde. Ein paar schöne Fragen werden wir wahrscheinlich haben und ich würde sagen, wir starten nach dem Intro. Ja, man, ey. Hello, Krypto-Gang. Greetings from Southport. Ja, obligatorischer Blick auf den Markt. Darauf gehen wir heute aber gar nicht ein, weil das sieht doch alles wirklich annehmbar aus. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Die kommt vom guten mts.sportfotos. Hi, Brudibär. Hat BTC Cash eine direkte Verbindung zu Bitcoin oder ist es nur der Name, der Cash pusht? Ob Bitcoin Cash eine direkte Verbindung zu Bitcoin hat? Ja und nein. Bitcoin Cash ist nämlich, liebe Freunde, eine sogenannte Hardfog von Bitcoin, also eine Abspaltung, wenn man so will. 2017 waren sich nämlich ganz viele Leute im Bitcoin-Netzwerk selbst relativ uneinig über bestimmte Dinge. Und da ging es um die Blockgröße von 1 MB von Bitcoin, also wie viele Daten sozusagen in einen Block bei Bitcoin reinpassen. Und damit Bitcoin halt einfach skalierbarer ist und Transaktionen schneller verarbeiten kann und so, das war denn alles zu langsam, wollten die das irgendwie verändern. Und ein paar wollten, dass das erhöht wird, ein paar wollten das gar nicht und andere wiederum fanden die Idee eigentlich an sich ganz geil, hatten aber andere Lösungsansätze oder Lösungsideen dafür. Man hat damals zum Beispiel 2017 schon Sackwit vorgeschlagen, was ja heute tatsächlich auch so ist, womit die Blockgröße heute bei Bitcoin anstatt wie damals 1 MB auf 4 MB angehoben wurde. Damit sind jetzt auch Ordinals möglich und sowas. Deswegen haben wir das ja und die Bitcoin Cash Jungs, also bevor es Bitcoin Cash gab, aber das sind ja jetzt die Bitcoin Cash Jungs, die wollten noch mehr als 4 MB und dann hat man einfach demokratisch sozusagen einen neuen Bitcoin nach den eigenen Vorstellungen erschaffen. Eben hier Bitcoin Cash und der hat jetzt 8 MB Blockgröße und tatsächlich ist das der gesamte Unterschied zwischen den beiden. Beide unterscheiden sich einfach nur in ihrer Blockgröße. Das hat für Bitcoin Cash jetzt zum Vorteil, dass da halt Transaktionen schneller als bei Bitcoin durchgejagt werden. Also es ist schneller, skalierbarer und dementsprechend natürlich auch günstiger, bedeutet aber auch, es benötigt mehr Datenspeicherkapazitäten. Und das hat zur Folge, dass im Netzwerk bei Bitcoin Cash gezwungenermaßen eine höhere Zentralisierung herrscht als bei Bitcoin. So würde ich es zumindest einordnen. Es ist angreifbarer, wenn auch nicht wirklich angreifbar, aber es ist angreifbarer als Bitcoin. Es ist nicht so sicher wie Bitcoin, wenn ihr so wollt. Und hier haben die Miner ja tatsächlich auch viel höhere Hardwarekosten für ihre Gerätschaften und so. Bedeutet, dass in der Regel nur große Mining-Konzerne sich das hier profitabel erlauben können. Also im Prinzip wird hier niemand aus dem Netzwerk ausgeschlossen, du und ich. Wir können sowohl bei Bitcoin als auch bei Bitcoin Cash im Netzwerk minen und sowas. Aber hier wird es halt wirklich erst profitabel, wenn da richtig Kohle hinter steckt in der Hardware und sowas. Und somit ist Bitcoin Cash eindeutig zentralisierter als Bitcoin. Und für mich persönlich gibt es halt nur ein Original und das ist halt Bitcoin, so wie er da steht in seiner Fülle und Hülle. Und warum Bitcoin Cash jetzt aber so gut pumpt, hat einen ganz anderen Grund, liebe Freunde. Das war ja jetzt nur zur Erklärung, was ist überhaupt so der Unterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash. Aktuell performen alle Proof-of-Work basierenden Kryptos besser als die auf Proof-of-Stake basierende Kryptowährung. Das liegt im Prinzip echt nur an den News, also aus Richtung Behörden und so. Weil die SEC, die amerikanische Wertaufsichtsbehörde, die hat ja gesagt, im Prinzip sehen die jede Kryptowährung, die auf Proof-of-Stake basiert, als Wertpapier. Und Bitcoin ist ja Proof-of-Work und soll laut Einschätzung von Gary Gensler ein Commodity sein, also ein Rohstoff. Ich sehe das übrigens auch so. Hat also sozusagen, ja, eigentlich schon Narrenfreiheit. Und da brodelt bei Anlegern dann natürlich die Spekulationsküche. Und das Geld fließt eher in Proof-of-Work-Kryptos als in Proof-of-Stake-Kryptos. Und das ist der ganze Grund tatsächlich, warum das hier so schön pumpt. Kommen wir aber zur nächsten Frage, liebe Freunde, die kommt von Marcel Liesegang. Sinnvoll, jetzt noch in Algo zu investieren? Sinnvoll? Ja, also was heißt jetzt in dem Kontext sinnvoll? Das ist jetzt eher so ein grundsätzliches Ding, ne? Also würde ich so sagen, ob ich jetzt selber ein Investment zu welchem Zeitpunkt auch immer für sinnvoll erachte oder eben nicht, hängt immer von mir selbst ab im Prinzip oder hängt von dir selbst ab. Wie sehr glaube ich zum Beispiel an das Projekt, an den Use Case? Wie gut finde ich das Marketing? Wie schätze ich das Team dahinter ein? Also ihr merkt schon, es kommen viele, viele Fragen in so einen Kessel, um das dann am Ende für sich sinnvoll oder als nicht sinnvoll anzusehen. Was für ein Bild habe ich irgendwie von welchem Projekt auch immer? In dem Falle jetzt die Algo. Also ich sag mal so, also keiner von uns konnte ahnen, dass Algo aufgrund der Meinung der SEC so abkackt, weil das Einzige, was ja zu diesem ekelhaften Absturz hier geführt hat, ist ja, dass die SEC Algo in einem Nebensatz irgendwie als Wertpapier bezeichnet hat. Mehr ist es ja wirklich nicht. Algo ist ja jetzt nicht plötzlich scheiße oder schlechter geworden als vorher, ist immer noch ein geiles Projekt, geile Plattform, okay, da also die SAC sagt was, ja, ist ein Wertpapier hier und da und Anleger verkaufen. Emotionen, Fad halt, ne, was soll ich dir jetzt sagen? Also an Algo hat sich als Projekt so an sich nichts Signifikantes geändert. Ich bin auch selber ganz fett im Minus tatsächlich damit, aber ich bin auch zu tief drin, als jetzt im Minus abzustoßen. Klar, ich habe kurz verkauft, den gesamten Bestand tatsächlich, hat aber steuerliche Gründe bei mir, weil ich halt die Verluste für dieses Jahr Geld machen wollte, habe für den gesamten Verkaufspreis dann aber auch wieder Algo eingekauft und lasse jetzt erstmal wieder ein Jahr liegen im besten Fall, ne. Also ich persönlich glaube nach wie vor daran, nur was die SEC macht, also was makroökonomisch um den Markt herum passiert und was das dann für Einfluss auf so ein Projekt hat, das können wir halt im Vorhinein nicht wissen und auch im Nachhinein leider nicht beeinflussen, ne. Das ist halt das Problem. Muss irgendwie am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden. Vor allem, was für ihn selbst Sinn macht oder nicht. Ich bin ja einer, der eher sagt, also ich finde es relativ geil, das beschert uns ja gerade eine fette Chance, weil DCA, Dollar Cost Average oder Active Dollar Cost Average, hier honest, finest, ausführbar ist, weil die Preise halt, wie ihr seht, absolut im Keller sind, ne. Andere sagen sich, nee, du, das ist mir auf jeden Fall ein bisschen zu heiß. Also jeder, wie er will tatsächlich im Prinzip. Ich halte weiter an Algo fest auf jeden Fall, zumindest bis ich break even bin, kleines Plus vielleicht und dann muss ich die Situation neu bewerten. Ich hoffe, die Antwort war ausführlich genug. Nächste Frage kommt vom guten Rodrigo. Hat sich denn deine Meinung zu Tangem geändert, nachdem du etwas aufgeklärter bist? Lol. Okay, also, ähm, worauf er anspielt, ist ja, ähm, für alle, damit ihr wisst, worum es geht, ist dieses Video hier von mir, wo ich euch erklärt habe, warum ich keine Partnerschaft mit Tangem eingehe. Und ich habe zugegeben ein bisschen schwammig in dem Video erklärt, warum das so ist, aber der Punkt, auf den ich klar und deutlich hinausgegangen bin, war ja, not your keys, not your coins. Um diesen Satz, okay, um diesen Konsens, auf den ich hinaus wollte, da gab es viele Missverständnisse drumherum. Ganz viele haben dann so geschrieben, so, ja, hä, aber bei Ledger hast du ja auch eine App und bei dem auch und bei dem auch. Ich verstehe jetzt gar nicht, was der meint und so. Mein Kumpel Jonas von CryptoFaint, wenn wir mal einmal draufgehen, hat dann vorgestern auch ein Video gemacht, wo er auf mein Video reagiert hat und er hat vermeintlich einige Dinge klargestellt, was auch richtig und völlig okay ist, habe ich gar nichts gegen, weil das Letzte, was ich wollte, war, dass ich irgendwie seiner Community oder wem auch immer Angst mache vor Tangem. Dazu gibt es absolut keinen Grund, meiner Meinung nach, aber meine Message mit dem Video wurde irgendwie fehlinterpretiert, habe ich das Gefühl. Ich habe ja für mich, müsst ihr euch vorstellen, für mich habe ich ja entschieden, dass ich die Werte von Tangem nicht vertreten kann und es deswegen nicht als Partner bewerben werde, um daran zu verdienen. Ich habe niemandem zu keinem Zeitpunkt davon abgeraten, das zu nutzen. Ich selber nutze es halt nicht und das ist doch auch okay, oder nicht? Guckt mal, liebe Freunde, der signifikante Unterschied bei Tangem ist ja der, und da kann man mir erklären, was man will. Du selber besitzt und kennst deine Seed nicht. Punkt. Gibt es jetzt da irgendwie was zu diskutieren? Der Private Key, der wird, warte, ich habe die Karten doch hier, Moment mal eben, ich zeige es euch, liebe Freunde. Hier, da haben wir so einen Chip drin, in den Karten, okay, und der Private Key, der wird auf diesem Chip generiert. Ja, und das ist alles sicher und wir haben hier Mechanismen und wir haben hier 5 Millionen Bit Verschlüsselungen und hier und da ist ja auch alles schön und gut. Das spricht Tangem niemand ab. Ich sage nicht, dass es unsicher ist. Habe ich auch übrigens vorher in dem Video nicht gesagt. Am Ende des Tages kennst du aber deinen eigenen Schlüssel nicht und du bekommst die auch nicht aus diesem Chip raus. Das spricht für mich persönlich, ich muss es immer wieder sagen, nicht für euch, für mich persönlich spricht das gegen das Prinzip einer Self-Custodial Wallet. Hört euch nur mal das Wort an. Ich bitte euch, hört zu, liebe Freunde, Self-Custodial, selbstverwahrend. Wie willst du etwas selbstverwahren, wenn du deinen eigenen Schlüssel nicht kennst? Loll, Mäus. Aber ja, ich relativiere das vielleicht nochmal eben kurz, dass es wirklich keine Missverständnisse mehr gibt. Ich finde etwas wie Tangem tatsächlich sogar sehr, sehr gut. Wisst ihr, was Tangem tut und wobei es hilft? Bei Massenadaption. Es macht Dinge unkompliziert und es ist ein Dienstleister. Fertig. Die tragen dazu bei, meiner Meinung nach, Krypto-Salon-fähig und einfach zu machen für den normalen Menschen und das finde ich eine sehr, 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 sehr geile Geschichte und Mission, weil ja, nicht jeder hat Bock oder versteht das Prinzip beispielsweise einer Paper-Wallet, okay? Nicht jeder will sich in die Tiefen der dezentralen Exchanges und Wallet-Anbieter dieser Welt verirren oder verheddern. Das ist alles komplizierter Kram. Und da kriegst du so eine Karte hier, das Unternehmen dahinter regelt alles für dich, du hast keine Kopfschmerzen und es ist eine gemütliche Möglichkeit. Ey, bin ich voll dafür? Ist eine geile Sache. Ich sagte nur, für mich, 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 großgeschrieben, ist es nichts und ich kann es mit den Werten, die ich vertreten möchte, nicht bewerben. That's it. Jeder kann das aber bedenkenlos nutzen. Ich sage das nochmal eindringlich. Da spricht nichts dagegen. Falls das im letzten Video tatsächlich so falsch rübergekommen ist, liebe Freunde. Hoffe aber, ich habe das jetzt nochmal relativiert und eindringlich erklärt. Schlump 23. Digga, dein Name, was ist das? Ja. Schlump 23. Er möchte jedenfalls wissen, Thugcoin oder Wallstreet Meme als Spekulation. Abgesehen davon, dass beide Namen schon super, super, super sass und so speck klingen, okay? Wieder was ganz, ganz Grundsätzliches in der Klausur. Ich kenne beide Projekte nicht und ich werde sie mir auch jetzt tatsächlich nicht angucken, weil die Namen mir schon verraten, dass das ein schneller Moneymaker sein soll. Also sowohl für frühe Investoren, Early Adopters, Meme-Coinjäger und so, als aber auch natürlich für die Macher dahinter. Das garantiere ich euch ganz, ganz klar. Das ist ein offenes Geheimnis, okay? Aber da liegt jetzt auch der Punkt, den ich vermitteln möchte. Allerlei Meme-Coins, Spaß-Coins, Arsch-Coins sind Spekulationen, reine Spekulationen, hoch Risiko-Spekulationen, um deutlicher zu werden. Solche Meme-Coins, liebe Freunde, sind 1 zu 1 Casino und das kann hier und da mal gut gehen, sehr gut gehen sogar. Also viele machen, was weiß ich, also im besten Fall Millionen von Gains damit. Das ist wohl durchaus machbar. Im Zweifel kann das aber auch mal nach hinten losgehen und schief gehen. Und ja, ich finde das legit. In beiden Auskommen, wenn es gut geht und auch wenn es schief geht. Sowas darf es geben. Das bringt für Zocker auch ein bisschen Fun in diesem Markt. Finde ich völlig okay und legitim. Und jeder sollte sich dann aber auch darüber bewusst sein, dass es eben Casino-Coins sind. Und wenn man das mit der richtigen realistischen Einstellung sieht und so an die Sache rangeht, finde ich das absolut legitim. Aber solche Fragen, der und der Meme-Coin, Marcel, was meinst du, der und der Meme-Coin mal als Spekulation mit reinnehmen. Ja, also, was soll ich dir sagen? Natürlich als Spekulation. Als was denn sonst, Bro? Als Altersabsicherung oder was? Klar, Spekulation, Bro. Allerlei Kryptos sind natürlich sowieso Spekulationen. Und Meme-Coins, Shit-Coins, Casino-Coins, die würde ich schon eher als Hochrisiko-Spekulation deklarieren und klassifizieren. Hoffe, Frage, Beantworte. Tarek möchte wissen, was hältst du davon, mit Fremdkapital zu traden? Du meinst Pop-Trading. Freunde, es gibt extra Anbieterbörsen für sogenanntes Pop-Trading, wo du nicht mit deinem Geld handelst, sondern ausgewählte Investoren stellen dir Kapital zur Verfügung, dass du damit tradest und die Gewinne und teils auch Verluste werden prozentual verteilt dann am Ende. Und die gute Nachricht auf jeden Fall mal zuerst, liebe Freunde, unser Eins kann das gar nicht so einfach machen, weil die meisten renommierten Anbieter für sowas Gott sei Dank gewisse Qualifikationen voraussetzen, dass du dich da überhaupt anmelden darfst. Und wenn du dann auf so einem Anbieter oder so einer Börse angemeldet bist, dann musst du richtige so, ich sage ja Qualifikationen, dann musst du richtige Tests absolvieren und dann musst du eine gewisse sehr hoch angesetzte Punktzahl erreichen, um überhaupt in Frage zu kommen. Und sowas schützt dann vermutlich so einige Idioten, die sich maßlos überschätzen und das schnelle Geld riechen vor Mafiamorden oder sowas. Und Pop-Trading ist jetzt tatsächlich auch kein Nischenthema oder so, liebe Freunde, das passiert um uns herum in jeder Sekunde. Das ist eine völlig gängige Art und Weise von großen Investmentbanken und so übermäßige Gewinne zu erwirtschaften und zu maximieren. Fast jede große Bank, die ihr kennt, betreibt Pop-Trading im Hintergrund. Natürlich mit eurem Geld, klar. Das Ding ist aber, da sitzen in der Regel absolute Profis dahinter mit Jahrzehnten Erfahrung in diesem Thema. Die haben auch ganz andere Tools und auch andere Insider-Informationen, seid euch da mal sicher und auch ganz andere Marktdaten, wie wir das haben. Das ist also absoluter Elite-Shit, würde ich sagen. Dementsprechend rate ich natürlich jedem, der hier gerade zuguckt, weil glaubt mir, Prop-Trader gucken nicht, Krypto-Gang oder irgendwelche Krypto-Kanäle. Jeder, der hier gerade zuguckt, ich, ja, ich rate euch eindringlich davon ab. Ich rate euch auch davon ab, überhaupt nur so in die Idee zu kommen, weil er sich hier und da mal ein bisschen mit Krypto oder Krypto-Trading befasst hat, okay? Ernsthaft, liebe Freunde, lasst den Scheiß, raus damit aus dem Kopf. Unser Eins tut sich bei sowas ganz, ganz doll weh, wenn wir überhaupt die Möglichkeit haben, in solche Kreise auch nur annähernd reinzukommen. Also, um die Frage zu beantworten, was ich davon halte, also für uns Normalsterbliche erstmal zumindest nix, das überlassen wir gerne mal den Profis. Hoffe, Frage beantwortet. Handwerk Eisenmann möchte von mir wissen, vermisst du schon dein X4 oder bist du zufrieden? Bist ein Hammer-Typ. Danke erstmal, Brudi, also ist ja jetzt voll off-topic und so, aber generell schreiben viele mit mir über Insta, wegen sowas und so, was er meint, liebe Freunde, ich hab, also zuletzt hab ich einen X4M halt gefahren und gehabt und jetzt seit zwei Wochen ungefähr hab ich einen 430i Coupé und ja, manche haben mich drauf angesprochen und meinten, Digga, was ist denn das für eine merkwürdige Kaufentscheidung? Du gehst von riesigem Auto und PS-Monster auf niedriges Auto, Coupé, Zweitürer und der hat auch nicht mehr so viele PS und so, was ist los, geht dir das Geld aus und so? Nee, das ist überhaupt gar nicht das Problem, es war einfach irgendwie eine Vernunftentscheidung, natürlich auch in Absprache, ich weiß nicht, viele von euch sind doch Unternehmer, ihr wisst, dass man sowas immer, immer in Absprache auch mit seinem Finanz- und Steuerberater macht, völlig klar, weil da geht's ja auch um die 1%-Versteuerung und so und ich hab mich einfach gefragt, ich hab jetzt eine Zeit lang Spaß gehabt mit einem dicken X4M, okay, hat wirklich Spaß gemacht, Alter, so ein geiles Auto, ich kann auch nichts Negatives über das Auto sagen, es war eine richtig geile Zeit, aber der kostet natürlich in der Unternehmensversteuerung, 1%-Regelung und so kostet der natürlich auch richtig Geld, also soll jetzt kein unnötiger Flex sein, nur dass ihr euch das mal einmal vorstellen könnt, ich lease beziehungsweise abonniere meine Autos jedes Jahr aufs Neue, ich kriege jedes Jahr einen neuen Wagen, abonniere ich über einen sogenannten Abonnementanbieter, das ist wie ein Vollleasing, könnt ihr euch das vorstellen, aber nur noch umfangreicher, das heißt, bei einem Abo-Modell hast du wirklich alles in der Rate mit drin, also die Laufzeit, den Verschleiß, die Versicherung, also Vollkasko natürlich, du hast da alles drin, das Einzige, was du machst, ist einsteigen, das Auto bewegen und tanken, tanken geht auf deinen Nacken natürlich, aber alles andere ist über das Abo-Modell abgesichert, das heißt, so ein Abo kostet auch ein bisschen mehr, je nach Laufleistung auch als ein Vollleasing, und ein Vollleasing ist ja schon teuer, aber ich finde, für Unternehmen und für Vielfahrer, wie ich es bin, ich habe in dem Jahr, wo ich den X4 hatte, 86.000 Kilometer auf die Uhr geballert und das ist schon übel für ein Jahr, finde mal einen Leasing-Anbieter, der dir das zu den Konditionen macht, die ich euch gleich nenne, ich habe für den X4M bezahlt im Monat eine Rate für 3.000 Kilometer im Monat inklusive 1.800 Euro und dazu kommt dann ja noch der Bruttolistenpreis als 1%-Regelung oben drauf und das ist bei dem Wagen 105.000 Euro, also 1.050 Euro kommen monatlich nochmal oben drauf und dann der Sprit, der lag bei mir im Monat so um die 2.000 bis 3.000 Euro, also hatte ich effektiv Kosten über 5.000 Euro für dieses Auto im Monat und das hat auch Spaß gemacht, das habe ich jetzt für ein Jahr auch gerne gemacht, nur ich habe mich gefragt, Digga, verbrenne ich da nicht irgendwie unnötig Geld und wir sind hier in einem Investitionsbereich, wir reden immer davon, irgendwie wie wir unser Geld sinnvoll einsetzen und so, dann knalle ich im Monat 5k für ein Auto raus, ich habe irgendwo die Sinnhaftigkeit nicht gesehen und habe mir gedacht, jetzt triffst du mal eine Vernunftentscheidung und auch mein Steuerberater hat gesagt, Marcel, also weiß ich nicht, ich wollte sogar noch höher, ich war schon bei Porsche, ich habe bei Porsche schon gesessen, übrigens habe ich für Porsche für nächstes Jahr bei Porsche auch schon geredet für ein Panamera, aber mein Steuerberater hat gesagt, Diggi, also ist das notwendig, 5k für ein Auto im Monat, das haben andere nicht zum Leben, bist du denn des Wahnsinns? Und ich habe mir gedacht, ja stimmt und dann habe ich mich auf dem Anbieter Finn, wie gesagt, das ist mein Auto-Abo-Anbieter, dann nochmal umgeguckt und habe gedacht, ja, ich will da jetzt für das nächste Jahr, für das nächste Geschäftsjahr, will ich da ein bisschen Kosten sparen und trotzdem ein schönes neues Auto fahren und dann ist die Entscheidung halt am Ende irgendwie auf einen neuen 430i, schön Fabrik, neuen 0km gefallen, 250 PS, Heck angetrieben, Benziner, wunderschönes Auto, Voll-M-Paket, Cremeleder-Ausstattung und was nicht alles, also volle Hütte das Ding und ich bin wirklich zufrieden, also vom Fahrkomfort muss ich tatsächlich sagen, finde ich ihn sogar irgendwie geiler als den X4M, obwohl der deutlich mehr Leistung hatte, ich merke das jetzt gerade auch, Leistung, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, die lässt zu wünschen übrig, du kommst mit 250 PS und mit aus einem Twin-Turbo kommst du auch wirklich noch gut voran, aber ja, mir fehlt das ab und zu mal auf der Autobahn wirklich auch ein Porsche-Killer zu sein, weil das bin ich mit dem Auto jetzt natürlich nicht mehr, mit dem X4M habe ich reihenweise Porsches abgesäbelt, aber ja, ich kann mich wirklich, ich kann wirklich nicht meckern, komfortabel ist er, also ist ein Langstreckenkreuzer, würde ich jetzt mal sagen, nein, ist er natürlich nicht, aber so wirklich vom Fahrkomfort wunderbar, ich habe jetzt nach zwei Wochen schon 6000 Kilometer auf der Uhr und ich kann wirklich nicht meckern und ich komme deutlich günstiger weg, weil für den zahle ich jetzt deutlich weniger, mit dem bin ich jetzt für, und ich habe sogar mehr Kilometer reingeparkt, wie gesagt, für den X4M hatte ich 3000 pro Jahr, beziehungsweise pro Jahr, pro Monat und für den habe ich jetzt 4000 Kilometer pro Monat, weil beim X4M muss ich jetzt tatsächlich auch noch knapp 10.000 Euro nachzahlen, weil ich natürlich die Kilometer völlig verfehlt habe und überzogen habe, habe ich mir jetzt bei dem 430 gedacht, da machst du jetzt mal mehr Kilometer pro Monat rein, 4000 pro Monat und ich zahle jetzt 1600 Euro Rate im Monat, da ist ja wie gesagt alles inkludiert, auch die Kilometer und für die 1% Versteuerung komme ich deutlich günstiger weg, weil der Wagen hat Liste 79.000 Euro und der ist wie gesagt volle Hütte, das heißt anstatt 1050 Euro im Monat obendrauf, 790 Euro obendrauf und ich erspare mir damit schon mal einiges an Geld und das ist nicht, weil ich jetzt irgendwie klamm bin oder weil ich irgendwie pleite bin oder so, das ist einfach eine unternehmerische Vernunftentscheidung gewesen. Nächstes Jahr haue ich aber wieder auf Kacke, ich habe mich nämlich schon umgeguckt, entweder würde es ein Porsche Panamera oder ein M5 oder ein M3 oder was auch immer, danach will ich auf jeden Fall wieder richtig auf die Kacke hauen, aber jetzt ein Jahr ein bisschen Vernunft, Geld sparen ist angesagt, liebe Freunde. Weg aber wieder von Off-Topic, wir haben da noch was, Martin Besi, kannst du mal wieder ein Crowdsport Video Special machen, aber natürlich doch mein Bester, sehr sehr gerne sogar, tatsächlich ist in Kürze jetzt auch nochmal ein Interview mit dem Chef geplant, mit dem lieben Christian Mülder, wo ich euch vorab aber nochmal eure Fragen stellen lasse, ganz klar, ich nehme euch da mit ins Boot, liebe Freunde, machen dann vorher wieder eine Fragerunde auf Insta und hier auf YouTube, da knallt ihr mir dann eure Fragen für Christian rein und dann machen wir einen schönen Talk, freue ich mich drauf, liebe Freunde, das wird natürlich wieder mal wie immer ein geistiges Blumen pflücken und dann würde ich an der Stelle doch schon wieder sagen, Freunde, labere ich doch gar nicht noch länger, weil wie lang soll das Video auch noch gehen, habt ihr alle keinen Bock drauf, ich würde sagen, alle die, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren, Teil der Krypto Gang werden und ja, ich würde sagen, Meinungen und so weiter in die Kommentare, wir sehen uns zum nächsten Video, ich bin raus, reingehen! Bis zum nächsten Mal, 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 Vielen Dank.